Er ist einer von der sehr gesprächigen Sorte, ne? Ach so, Volunder. Weltenschlange. Ah ok, das braucht ein paar. Stärke 8, Abwehr 8. Ja, meiner hat Stärke und Glück. Aufgabe der Stärke bei einer erfolgreichen Exekution. Abwehr ist auch nicht schlecht. Das ist es. Reduziert den Lippenschaden. Ja. Comeboy. Ein Kampfbordel. Oh, hi. Okay. Okay. So, was passiert? Ja. Sie wagen auf einer Runde zwischen ihnen. Die Haare ist zufrieden für die Wachstum. Und fuhlig. Während der Tortoise steigend und diszipliniert ist. Der Tortoise gewinnt. Das ist eine gute Geschichte. Mich würde aber interessieren, wie die Schildkröte gewonnen hat. Wo ist denn hier der Rabe? Ich habe ihn doch gehört. Das war glaube ich mal eine Riese, ne? Das war das. Ich habe ihn doch nicht. Das war glaube ich. Ich habe ihn doch nicht. Ich habe ihn doch nicht. Das war die Schildkröte. Ja, Herr. Ich habe ihn doch nicht. Ich habe ihn doch nicht. Ich habe ihn doch nicht. Nein. Nein. Ich habe ihn doch nicht. Nein. Mann. Nein. Nein. Was ist das? 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 Oh okay, vielseitiger Kriegergriff. Ich kann den anderen auch noch helfen, das ist kein Ding. Wenn Brock wüsste, dass er die Axt zu missbraucht. Was ist das? 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 Ja, da drüben kann ich nicht rauf. Was ist das? 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 Neues Stock gefunden. Ha! Kann ich das irgendwie benutzen? Anscheinend nicht, ne? Okay, ich hab sie doch. Also diese komischen Kugeln. Also ich hab das nachgeguckt. Ich hab mich da tatsächlich ein wenig gespoilert. Ich brauch dafür anscheinend eine Waffe, die ich später bekomme. Um die zu benutzen, kann sie aber aktuell halt nicht benutzen. Ja klar, weil ich hab's ja nicht. Genauso wie mit diesem komischen Verderbnis, Herzding, was auch immer das war. In der Hexenhöhle. Ich bin der Hexhöhle. It is over. Here, boy. Yes, sir. Hey, it's another treasure map. Odins Augen. Hey, ich bin der Hexh. Bis zum nächsten Mal. Oh, absolut. alle mann von bord und bohrt da muss ich auch noch irgendwie nach oben kommen wahrscheinlich drüben müsste ich auch noch irgendwie hin okay ich glaube da muss ich auch dieses komische dinge zu drehen kratos ist nicht zögerlich zu sagen wenn er etwas nicht weiß die Leute wollen sowas nicht zu geben ach das Hexenhöhe es war eine Geschichte es war eine Geschichte von einem Frag Sein Pond hat drüben so der Frag und sein Sohn zu finden um ein neues Haus zu finden sie haben ein Welle der Sohn sah das Wasser und sah ihn um zu spazieren aber der Vater stoppt ihn er sah das Welle war tief und einmal in der Insel sie würden sie nicht aufhören wenn das Wasser wieder drüben ja aber es hat doch die Weisheit so mit dabei ja ja weil der Vater hält den Jungen davon ab was dummes zu tun und die suchen halt dann weiter es kommt zwar nie wirklich zu nem Ende weil dann einfach ein neues Zuhause so ok weil er sagt ja nie ob die jetzt ein neues Zuhause gefunden haben oder nicht was ist sie sie leêt sie 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 Wir müssen doch irgendwie noch den... So. Da oben, oder? Ich verstehe halt nur die Hälfte jetzt aktuell von dem ganzen, was hier so ist. Da natürlich wieder sehr viele Sachen in der Welt sind, die ich noch nicht nutzen kann. Weil mir ja ein paar Sachen fehlen. Nimm mich ein bisschen irgendwie an Darksiders 2. Wobei er allgemein an Darksiders. Weiß ich, warum es aus wie ein Darksiders war, aber da war es auch immer so. Gut, es gibt aber auch viele andere Spiele, die dieses Prinzip haben. Mit des Backtracking. Stark. Oder ein bisschen... ist es, Was ist das? Wartner! Au. I don't believe it Ja. Oh, verdorbener Überrest, gegen der mystische Überrest, einer aus dem Meer verlorenen Seele, damit kann der vielseitige Kriegergriff verbessert werden. Cool. I guess. Boy, was did I tell you about offering help? Don't. Correct. But, can't we just... This is not a debate. You must learn focus. Our journey need be your only concern. But what if they can help us? That one seem to know a little about the lake. And how does that help us with our goal? We won't know unless we ask. Hmm, we can't go back again. I'll look at the edges here. One more short and purposeful stories? Very well. There was a young man who was caught stealing and condemned to die. His mother came to visit his prison. She was a kind woman who could only give love. Enough. stories of for the boat we must focus sorry that just for the boat oh man er ist halt einfach der beste vater den es gibt no well well what the brazier if you must here boy go okay here we go oh 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 von Bord. Oh, was ist mit dem... Der Dings da drüben. Bester Stahl. Nice. Da muss ich wahrscheinlich auch noch später wiederkommen. Ihr könnt mir einfach gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich das jetzt schon machen kann. Sollte ich das später irgendwie entfernen können, könnt ihr mir das auch reinschreiben. Aber bitte nicht spoilern. Denn ich weiß es wirklich nicht. Ich habe noch mehr Informationen. Oh man, he's a big one. Warum beißt der denn einfach random das Ohr ab? Also krass, das ist der beste Geschichte-Erzähler überhaupt, muss ich schon wirklich sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen, war ein guter one. Wo ist denn der Achtung? Ich mag ihn. 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 Aber wo sind die Händler? Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich glaube, sie sind noch unter der Wasser. Ich mag ihn. 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 Oh fuck. Ah, glaube ich meine, wieder ein Apfel. Grators Lebensimprovements sind immer gut, das ist so wichtig. Alle Mann von Bord. Fünf von neun. Jetzt bestimmt noch ein paar Punkte, wo ich ein wenig verpasst habe wahrscheinlich. Hier bin ich und da hinten war ich noch gar nicht. Was habe ich da alles da unten? Eingang Hektenhöhle, Eisenbuch, Kompass, Laden, die Flusslande, irgendeine Kammer, ah, das ist da, okay, das ist raus. Vielleicht geht der Jamungant irgendwann, erledigte Gefallen 1 von 1, ah, okay. So ein Artefakt 1 von 4, Wissensmarkierungen 4 von 7. Mystisches Tor, den können sie noch nicht reißen. Sind die abgeschlossen? Ich weiß nicht, ob es das abgeschlossen gilt. Aber den Rest werde ich dann einfach in der nächsten Folge machen. Ich wollte jetzt einfach nur noch kurz mal bei den Fähigkeiten gucken, weil ich habe ja so viele XP. Nachkampf, beim Spenden, oh, cool, ein Sprungangriff. No, das wollte ich gerade sagen. Fähigkeiten. Ach, das kann ich, also ich kann das alles nicht lernen, ein zusätzlicher Bonus, okay. Ah, doch mit X kann ich es brauchen. Fühlen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen, um sie aufzuladen. Ah. Beim Ausweichen nach vorne. L. Das muss ich ausprobieren. Das ist ganz gut. Oh, Schildkampf. Gegnerischen Blocks zu durchbrechen. Hälten Sie beim Ausweichen bloß ein Händen nach vorne und drücken Sie RB um einen schnellen Angriff. RB gewinnt mal Gegner von den Fähigkeiten. Rache des Wächters. Wechseln Sie die Haltung durch eine kurze Pause nach dem Angriff von Brusten Händen. Drücken Sie in der Neuen Haltung RB. Oh, das sind so Sachen, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Springen Sie Brusten Händen. Weil ich mache, die Hälfte davon benutze ich halt nie. Ich werde das nie benutzen. Drücken Sie um einen schnellen Stampfer, der allen Gegner in der Nähe schaden. Ich werde den Schwinger angucken. Drücken Sie. Oha. Nach einem Förnergeruch zu... Zum Ausweichen mit bloßen Händen nach vorne, drücken Sie RB um einen Block in letzter Sekunde. Konterschlag. Da sehe ich mich doch. Wenn Gegner in einem bestimmten Zustand sind oder wenn Kratos angegriffen wird. Magiekampf. Der vielseitige Kriegergriff. Kann ich aber noch verbessern. Okay. Dann speichere ich jetzt. Und dann würde ich jetzt, würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge.